Herzlich Willkommen bei einem neuen Video. Ich mache jetzt ein neues Video und ja, ich werde euch diesen Knitsch bald vorstellen. Ich werde euch zeigen, was er so alles kann. Ja, also, kann man die zerreißen? Ja, kann man. Kann man die noch wieder zusammenkneten? Hallo? Ich bin Nita und das ist meine Tochter Clara. Wir ziehen in das Haus da hinten. Komm, ich will uns bekannt machen. Wir sind... Jetzt kann man, ja. Ja, das kann man jetzt sagen. Okay, kann der springen. Komm, 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 ich kann ihn nicht mehr halten. Ja, der kann auch springen. Nein, nicht wirklich. Wir sind hier schon so gut wie fertig. Komm, ich lasse das auseinanderziehen. Komm, ich lasse das dann noch. Ja, das sind so zwei Videos in einem. Ja, das hier, ich werde euch noch zeigen, was ich so auf meinem Handy habe. Aber jetzt nicht so lange, das mache ich auch noch das Video. Und leg ihn mal hin, wenn ich ihn jetzt so... Also, ihr wisst, wie er aussieht. Er sieht so jetzt aus. Wenn ich es mir hinlege. Ein paar Minuten später. Und da so richtig klappt. Jo, jetzt werde ich euch zeigen, was ich so auf meinem Handy habe. Das ist hier die erste Seite. Da ist halt WhatsApp, Playstore, Kontakte, Galerie, Kamera, YouTube, Musik, andere Telefon-Einstellung. Ja. Sind Kalender, Rakett, Wecker. Wo kommst du denn hin? Und Rechner. Schon gut, ich tu dir nichts. Das weißt du offenbar aus. Dann haben wir hier. Einmal nur vier Spiele. Und die heißen... Und dann kommen wir nach der unteren. Das heißt... UKW-Radio, Uhr, Offiziell-Suite, Sprach-Suche-Spiele und Apps, Browser, SketchUp, Maps, Nicole, Support, Downloads, also und da. Und wo genau ist das? Ist doch ein tolles Ding. Äh, hässlich ist ja dumm und bohshaft. Und jetzt bringe ich ihn wieder dahin, wo er hingehört. Und los, komm. Und wo genau ist das? Und wo genau ist das? Oh schon. Bei mir im Stall. Raus auf die Weide lass ich das Wies nicht mehr. Die ist nicht so richtig für mich. 3D-Kamera, Werbung, Geräte, Objekt, Live-Ram, Mission-Car, Video-Offener, Time, E-Mail, Google, 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 Talk, Nexion, Red and Red, Apps, Abrufe, Suche, Let's Goal, Louisburg. So etwas können wir uns nicht leisten. Nimm dir ein Stück Obst, wenn du rummachst, ja? Wir essen heute später. Die letzten Seite. Hallo? Hallo? 3D-Album, Neur, Redder, ähm, Musik und Videos, Spiele, Abrufe, Store, Flash, Fair. Hallo? Und das waren die ganzen... Hey, guten Tag. Hallo? Ich bin Gerti Wurm. Ah, freut mich. Nika Andersson. Apps? Ja? Ich denke schon. Gut, dann machen wir mal den Mietvertrag. Da unten müssen Sie unterscheiden. Okay. Ich kann mich auch mal zeigen, wie die es nicht können. Also, für den Jump. Das könnt ihr ja sehen. Da muss man halt wieder Kuh. So machen. Ja, ne? Das geht mit einer Angelegenheit für das Impfnachgebot. Ups. Ich kann es ja mal versuchen. Und dann sehr viele Werbungen. Unser neuer Vermieter. Jemand hat das Pferd als Kameraden. Ein guter... Frau Niemann hat ein Köhler. Mama. Ja. Und wenn er halt Geld für's dann gewährt hat. Ja. Und bei Ed Schwung. Ja. Und bei Ed Schwung. Das hier ist Clara Andersson, eure neue Klassenkamera. Sie ist gerade hierher gezogen. Clara, möchtest du uns was über dich erzählen? Werbung. Nein? Gut. Dann setz dich auf den kleinen Platz. Schlag alle in deinem Platz vor. Und man halt immer auf dieses Ei drücken. Ja. Und bei Pudels können sie sicher alle... Ja. Der hat mein Auskrank. Die kann man mit die Kacke einsammeln. Ich kann ihn waschen. Ich kann ihn abduschen. Und ja. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen. Und... Ja. Ich glaube ich hab das Video gefallen. Und tschau. Bis zum nächsten Mal. Und bitte gebt Bänder hoch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.